Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7636 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Erfolg spricht für sich. Wir erweitern unser Team, um noch schneller ans Ziel zu kommen. Wir erweitern unser Team, um noch schneller ans Ziel zu kommen. Der Erfolg spricht für sich. Wir erweitern unser Team, um noch schneller ans Ziel zu kommen. Muss ich mich jetzt wirklich zwischen den beiden Möglichkeiten entscheiden? Ich kaufe nicht nur Kleidung. Manchmal kaufe ich auch etwas zu essen. Ich kaufe nicht nur Kleidung. Manchmal kaufe ich auch etwas zu essen. Ich kaufe nicht nur Kleidung. Manchmal kaufe ich auch etwas zu essen. Das ist eine sehr gute Idee. Damit bin ich einverstanden. Ein Regenbogen nach einem Gewitter ist ein wahres Naturwunder. Ich bezweifle, dass diese Geschäftsidee gut ist. Wir sollten das noch einmal überdenken. Ich bezweifle, dass diese Geschäftsidee gut ist. Wir sollten das noch einmal überdenken. Ich liebe es, anderen Menschen die Haare zu schneiden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.